Sie sind hier, 2. Oktober 2018, 18.18 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Die deutschen U19-Fußballerinnen bejubelten 6 Tore gegen den Kosovo-Urheberrecht Get the Images Die deutschen U19-Fußballerinnen machen den ersten Schritt Richtung Europameisterschaft Im ersten Quali-Spiel lassen sie dem Kosovo keine Chance Die deutschen U19-Fußballerinnen haben zum Auftakt der ersten EM-Qualifikationsrunde einen deutlichen Sieg eingefahren In Danganon, Nordirland, gewann das Team des Deutschen Fußballbundes DFB gegen den Kosovo mit 6 zu 0, 1 zu 0 Die Tore für die Mannschaft von Trainerin Maren Meinert erzielten Paulina Krummwiegel, 35., Melissa Kößler, 47., 61., Schöke Nüsten, 48., Verena Wider, 55., und Merjim Senetkal, 71., Deutschland am Freitag gegen Estland Am Ende der ersten Qualifikationsrunde trifft das DFB-Team am kommenden Freitag noch auf Estland und am Montag auf Gastgeber Nordirland Die beiden Erstplatzierten sowie die zwei besten Dritten der insgesamt zwölf Gruppen erreichen die zweite Qualifikationsrunde im November Die beiden Erstplatzierten und der ersten Qualifikationsrunde im November